Zum Start der Handelswoche sind wir auch wieder live, der Roland Jägen und meine eine Andreas Bernstein. Mit WH Self-Invest und Fit4Finanzen blicken wir auf den US-Markt. Was hat sich in der letzten Woche ereignet und was ist vor allem mit der Quartalssaison schon an ersten Unternehmensergebnissen über die Ticker gekommen? Nach dem Intro geht es direkt los. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, wir schauen wieder auf die Märkte und auf die Tops und Flops, die wir natürlich auch wieder aufgelistet haben. Und den Gesamtmarkt der DAX hat ja am Dienstag zum Beispiel eine starke Aufwärtstendenz gezeigt, aber am Ende der Woche alles wieder abgegeben, genauso wie der Nasdaq. Genau, ein ähnliches Bild dann auch in den US-Märkten. Die Stärke zu Beginn der Woche wurde komplett abverkauft zum Ende der Woche hin. Auch in den Rohstoffen gab es erhöhte Volatilität, sowohl im Goldmarkt als auch im Ölmarkt insbesondere. Da können wir auch gerne noch später drauf schauen. Also es war eine interessante Woche und in dieser Woche geht es natürlich los so richtig mit der Quartalssaison. Da haben wir einige Schwergewichte, die vermelden werden. Natürlich geht es weiter mit den Banken, insbesondere morgen mit Goldman Sachs, mit Morgan Stanley und so weiter. Und dann natürlich die Highlights am Mittwoch mit Netflix und Tesla. Da kommt einiges auf uns zu. Was wir bisher schon erlebt hatten in der Quartalssaison, lässt uns aber frohen Mutes voranschreiten. 32 größere Unternehmen hatten gemeldet und davon 90 Prozent Ergebnis über den Erwartungen hier mitgebracht. Das haben viele gar nicht so auf der Uhr gehabt. Nee, das stimmt. Das war sehr positiv. Die ersten Banken, die am Freitag vermeldet haben, eine JP Morgan, eine Wells Fargo. Das waren positive Zahlen entsprechend über den Erwartungen. Und auch der Ausblick sah durchaus recht positiv aus. Das ist ja so ein bisschen ein Wackelfaktor gewesen in der Bankensektor. Wobei die Regionalbanken auch erst melden. Also da darf man nochmal gespannt sein, ob es da vielleicht noch ein paar sogenannte Leichen in der Bilanz gibt. Ja, die hatten es ja schwer, insbesondere zu Beginn des Jahres. Da hatte man ja schon die Befürchtung, dass es zu einer größeren Bankenkrise kommen könnte. Dem war nicht der Fall. Aber trotzdem stehen insbesondere die Regionalbanken weiter unter Druck. Und da ist man sehr gespannt, wie jetzt das letzte Quartal auch nach einigen Konsolidierungen ausgefallen ist. Ja, wir werden es erfahren und die ersten natürlich auch uns nachher gleich mal mit anschauen. Sowie erstmal die Gesamtmärkte einordnen. Und dafür hast du uns den Nano-Trader mitgebracht. Genau. Wir können auch gerne kurz starten mit dem DAX. Also da schaut ja jeder deutsche Anleger doch als erstes drauf, was hat der DAX getan. Und hier sieht man, dass wir in der letzten Woche erneut an diesem Schlüsselniveau abgeprallt sind. Diese Marke von ca. 15.600 hier im Future. Das war der wichtige Unterstützungsbereich, der uns jetzt schon seit Monaten hier verfolgt hat. Dann sind wir letztendlich nach unten ausgebrochen, haben diesen Bereich jetzt zum zweiten Mal getestet. Und wieder gab es einen stärkeren Abschlag hier am Donnerstag und am Freitag. Jetzt sind wir fast wieder im Bereich der Tiefs angekommen, die wir hier Ende September, Anfang Oktober gesehen haben. Knapp darüber, das heißt hier das Value Area Tief des aktuellen Jahres, könnt ihr hier noch ein Stück weit Unterstützung bieten. Darunter wären dann sicherlich die Tiefs hier aus dem Oktober wieder ein potenzielles Ziel auf der Unterseite. Und dann auch nochmal deutlich tiefere Kursniveaus. Also es ist schon eine Schlüsselstelle, an der wir uns aktuell befinden und an der sich der DAX hier auch erneut in dieser Woche beweisen muss. Wenn man in die kleineren Zeiteinheiten reingeht, dann sieht man auch recht schön in der letzten Woche diese starke Aufwärtsbewegung. Und dann der sehr, sehr schwache Schlusskurs auch am Freitag im Bereich hier der Tiefs. Und in dieser Woche sieht es zunächst ähnlich aus. Wir haben heute Morgen einen kleinen Aufschwung gesehen, vorbörslich. Aber wir sind direkt in diese Widerstandszone hier reingelaufen, das Value Area Tief der Vorwoche. Das heißt, diese Marke von 15.325 circa, das war der erste Widerstandsbereich für heute Morgen. Und der hat auch fast punktgenau gegriffen, könnte man sagen, wenn man sich da mal vielleicht den Casa Chart mit anschaut. Das war dann diese wichtige Marke auch für heute Morgen. Wir haben die ersten Minuten damit gekämpft, aber sind letztendlich doch stark nach unten ausgebrochen. Haben auch das Gap geschlossen, dass das offen war. Weil es war ja ein kleines Aufwärtsgap, dass entsprechend folgerichtig hier geschlossen worden ist. Und dann hat sich diese Abwärtsbewegung fortgesetzt. Jetzt kommt die erste größere Korrektur. Und jetzt muss man schauen, ob man diesen V-Web des aktuellen Tages halten kann. Dann kann man sicherlich wieder Richtung dieses Widerstandes handeln. Ansonsten sollten wir diese Marke wieder unterschreiten, könnten weitere Abgaben im Verlauf des Tages hier folgen. Ja, apropos Gap. Ich habe noch das andere Gap mit im Blick gehabt, was wir aus der Vorwoche vom Montag zum Dienstag zurückgelassen hatten. Und das ist in dem Zuge jetzt auch gleich mit geschlossen worden. Ganz genau. Das war hier das Gap, wenn man etwas weiter rauszoomt, vom 9. auf den 10.10. entsprechend. Und das ist jetzt auch komplett geschlossen. Wenn du nochmal zwei, drei Tage weiterzoomst, sind wir damit wieder in dem Handelsbereich eingetaucht gewesen, den wir hier in der Woche zuvor, also zum Oktoberstart gesehen haben. Und da war ich ja eigentlich als Trader ganz froh, dass wir am Dienstag da mal rauskamen. Das war schon ein ganz schönes, ja, müdes Hin und Her, möchte ich meinen. Genau. Und das ist die Zone, die könnte uns jetzt auch in dieser Woche wieder beschäftigen, wenn wir da jetzt wieder komplett reinfallen. Wir sind ja aktuell drin, dass wir noch tiefer vielleicht diese untere Range-Begrenzung testen und dann vielleicht auch nochmal die Tiefs, die wir am 4.10. gesehen haben, hier anlaufen könnten. Da noch der Hinweis, das ist der Future, den wir uns hier anschauen, denn in der Kasse wäre ein Ausbruch auf der Unterseite dann gleichzusetzen mit einer erneuten Unterschreitung der 15.000er Marke. Ganz genau. Der Future quotiert entsprechend etwas höher hier und der nimmt natürlich tagtäglich die Differenz etwas ab. Und Mitte Dezember haben wir dann auch wieder eine Differenz zwischen Future und Kassamarkt von Null, bevor dann der nächste Future wieder an den Start geht. Du hattest schon gesagt, im Nestec sah es ähnlich aus. Also auch da ist die Woche relativ stark gestartet. Also erst einmal mit dem News aus Israel etwas schwächer in der Vorbörse am Montag. Aber schon am Montagabend gab es Pluszeichen im Nestec. Auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend begann der Markt erst zu rutschen und hat dann am Freitag die gesamten Tages- und auch Wochengewinne wieder zunichte gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Es war zunächst Stärke ganz klar zu erkennen. Wir sind ja aus der Range der vorletzten Woche dann ausgebrochen, konnten uns auch recht lange darüber halten. Auch am Freitag sind wir erst ganz zum Schluss letztendlich in die Range der vorletzten Woche zurückgefallen. Aber es ist hier etwas stärker auf jeden Fall zu werten noch als im DAX. Es ist zwar ein ähnliches Bild, aber man sieht, man hat die Woche auch außerhalb der Value Area der vorletzten Woche beendet. Jetzt zunächst der heutige Tag auch erst einmal schwach. Aber wir sind hier nicht ganz so weit auch von der Value Area der letzten Woche entfernt wie im DAX. Also über ca. 15.125, 15.130 sieht es doch etwas positiver aus hier auch im Nestec. Da könnte ich mir durchaus diese Reversion-to-the-Mean-Bewegung hier vorstellen bis in den Bereich von 15.250 und dann auch 15.300. Dort wurde in der letzten Woche das meiste Volumen ausgebildet. Also wenn ich auf der Long-Seite spekulieren würde, würde ich den NASDAQ aktuell dem DAX bevorzugen mit einem engen Stopp unter dem heutigen Tagestief. Und der zeigt ja dann auch, wenn es mal nach oben geht, weitaus mehr Dynamik als der DAX, weil die großen Technologiewerte gerade im vierten Quartal ja rein traditionell und statistisch auch ordentlich zulegen. Ja, das ist in der Regel ein sehr positives Quartal für die Technologiewerte und für den breiten Nestec 100-Index. Und man sieht zwar, was negativ zu werten ist. Wir haben jetzt hier im Tagesschart tiefere Hochs entsprechend auf Tagesbasis. Auch in der letzten Woche wurde entsprechend wieder hier ein tieferes Hoch ausgebildet. Von daher, damit sich das Bild dann wirklich richtig aufhält, müsste diese absteigende Trendlinie dann entsprechend durchbrochen werden und auch die Hochs der letzten Woche. Auf der Unterseite beschäftigt uns jetzt schon länger dieser wichtige Unterstützungsbereich hier bei ca. 14.700 bis 14.800. Das ist eine sehr, sehr wichtige Zone. Ich denke, sollten wir die doch nochmal nach unten verlassen, vielleicht auch aufgrund von irgendwelchen News, die reinkommen, könnte die Dynamik auf der Unterseite sehr, sehr schnell zulegen. Und dann wären wir auch vielleicht schnell im Bereich von 14.000 und dem V-Web des aktuellen Jahres. Also diese Gefahr ist durchaus gegeben, sollten wir hier nicht in Kürze einen Ausbruch auf der Oberseite vollziehen. Die Gefahr könnte ja damit einhergehen, dass zum Beispiel auch Rohstoffe teurer wären. Du hast WTI schon angesprochen. Da gab es ja in der Woche zuvor einen starken Rücklauf von 8 Prozent und in der letzten vergangenen Woche wieder ein Plus von 6 Prozent. Also da ist richtig Volatilität zu sehen. Ja, sehr Volatil die Ölmärkte nach dem starken Rücksetzer doch wieder die Aufschläge. Und da sieht man dann auch schön im kleineren Bild hier entsprechend in der letzten Woche. Es war eine relativ neutrale Woche, auch wenn man diese großen Aufschläge hier sieht von ca. 6 Prozent. Aber wir haben uns komplett innerhalb der Range der vorletzten Woche bewegt. Das heißt, das war letztendlich eine Konsolidierungswoche. In den ersten zweieinhalb Handelstagen hat sich nicht viel getan. Dann haben wir letztendlich dieses Gap geschlossen, das sich ja über das letzte Wochenende hier ergeben hatte. Und in diesem Bereich von ca. 83 Dollar bzw. knapp darunter kam immer wieder Kaufinteresse auf. Sowohl am Donnerstag als dann auch am frühen Freitag. Und wir konnten die Woche sehr, sehr stark beenden. Über 87 Dollar. Und jetzt konsolidieren wir in diesem Bereich. Ich denke, der erste Rücksetzer hier in die Zone von ca. 86,5, vielleicht auch bis 86. Dort wurde in der letzten Woche das meiste Volumen ausgebildet. Das könnte durchaus wieder Käufe anlocken und zu einem weiteren Aufwärtsimpuls führen. Aber da muss man natürlich insbesondere die aktuellen geopolitischen News ganz genau verfolgen. Apropos geopolitische News. Das hat auch dem Ölpreis, nicht nur dem Ölpreis, sondern auch dem Goldpreis geholfen. So wollte ich es ausdrücken. Denn Gold gilt ja oftmals als Krisenwährung. Das muss man ein bisschen differenziert betrachten. In den Momenten, wo vielleicht eine Krise aufflammt oder ein Krisenherd global, ist Gold immer mal gesucht. Aber wenn man das sich über größere Zeitepochen anschaut, zum Beispiel die Corona-Zeit, auch da, wenn verkauft wird, wird alles verkauft, auch Gold. Ja, das haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Kurz zu Beginn des Ukraine-Krieges ist Gold stark angesprungen, wurde aber dann extrem stark abverkauft und hat sich eigentlich das ganze Jahr 2022 über fast in einem Abwärtstrend befunden. Und ja, da muss man vorsichtig sein. Aktuell natürlich eine sehr, sehr starke Woche hier vom Gold in der letzten Handelswoche. Und ja, nachdem man stark überverkauft war, ist man jetzt sehr, sehr stark zurückgekommen. Hier zum fairen Preis des aktuellen Jahres, könnte man sagen. Also die Marke von 1940 ist auch ein potenzieller Widerstandsbereich hier im ersten Anlauf. Und dort sieht man auch im heutigen frühen Handel die ersten Gewinnmitnahmen, könnte man es durchaus auch bezeichnen. Also der Goldpreis kommt hier etwas zurück im Bereich von 1910 bis 1915. Da der Markt so volatil ist, kann man es nicht immer punktgenau sagen, ist für mich der erste Unterstützungsbereich. Was etwas negativ zu werten ist, man sieht in der letzten Woche das meistgehandelte Volumen hier doch im unteren Drittel der Wochenrange bei ca. 1885. Das heißt, es ist durchaus die Gefahr da, dass der Markt auch diesen Bereich hier nochmal testen könnte, auch in dieser Woche. Weil hier oben ist es doch sehr, sehr dünn gewesen. Es war eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung am Freitag, aber nicht unbedingt unterstützt von hohem Handelsvolumen. Von daher, ja, spätestens unter 1910 sollte man dann die Reißleine ziehen, weil da kommen schnell auch Abschläge von 20, 25 Dollar auf der Unterseite hinzu. Und deswegen hier vielleicht mit einem geringeren Hebel angehen oder rangehen oder zumindest dann eben auch in einer größeren Zeitebene sich mal die entsprechenden Widerstände und Unterstützung anschauen, können wir mit an die Hand geben. Das auf jeden Fall. Also es macht dann immer Sinn, wenn die Volatilität zunimmt, dass man vielleicht auch die Positionsgrößen und damit natürlich auch den Hebel bezogen aufs Konto reduziert. Die Volatilität, die schauen wir uns auch gerne mal an. Du hast da den V-Stocks für die europäische Volatilität hier mitgebracht und da sieht man, dass wir an einem oberen Band der letzten Monate verankert sind. Ja, genau. Auch entsprechend am Freitag ist die Volatilität nochmal stark angezogen. Also hier der V-Stocks Oktoberkontrakt hat jetzt hier mehr Monatshoch entsprechend getestet und kommt zwar heute ganz leicht zurück. Und diese Hürde von circa 20 Punkten, die ist durchaus interessant, wenn wir die überschreiten, könnte es hier charttechnisch, auch wenn man bei charttechnisch, bei Volatilitätsprodukten immer etwas vorsichtiger sein muss, aber wäre natürlich durchaus hier auch Luft nach oben gegeben, nachdem wir jetzt nach Monaten der Konsolidierung hier im unteren Bereich doch einen starken Aufwärtsimpuls hier sehen. Damit kommen wir gerne in die Einzelunternehmen rein. Die Tops und Flops von der Wall Street hast du uns vorbereitet. Ja, schauen wir gerne hier auf die Gewinner und Verlierer der Vorwoche aus dem Dow Jones und aus dem Nasdaq. Es war eine gemischte Handelswoche. Im Dow Jones waren 19 Einzelaktien im Plus, demzufolge 11 im Minus auf der Verliererseite zu nennen. Eine Boeing, eine Salesforce und auch eine IBM hier als Schlusslicht der Vorwoche mit minus 2,5%. Auf der Gewinnerseite Nike mit dabei, Amgen und der Gewinner der letzten Woche war die Wall Queens Boot Alliance mit plus 6,6%. Im Nasdaq auch ein gemischtes Bild, fast 50-50, 48 Einzelwerte im Plus, 52 im Minus. Starten wir auch hier mit den Verlierern. Illumina mit dabei, eine Dexcom auch hier in der zweiten Woche in Folge. Sehr, sehr schwach und der Verlierer der letzten Woche war die JD.com mit minus 8,7%. Auf der Gewinnerseite zu nennen, eine Fasional mit plus 7,1%. Diamondback Energy plus 10,1%. Und der zweite zweistellige Wert ist die Sirius XM Holding mit 12,3%. Plus und auch wenn man nochmal kurz auf den breiten Markt schaut, hier den S&P 500, da sieht man sehr, sehr schön dieses gemischte Bild. Es gibt immer wieder einzelne Inseln, die sehr, sehr stark waren. Natürlich hier diese Energiewerte, die deutlich zugelegt haben, wieder in der letzten Woche. Wenn es um Krisen geht, haben natürlich auch immer die Rüstungsunternehmen Aufschläge zu verzeichnen mit einer Lockheed Martin oder einer Raytheon oder ähnliches. Ila Lilly aus dem Gesundheitssektor war sehr, sehr stark in der letzten Woche hier im S&P 500. Und ansonsten bei den Technologiewerten gibt es keine allzu großen Ausreißer. Lass uns gerne zuerst auf die Dexcom eingehen, denn die haben wir uns in der letzten Woche auch angeschaut. Da geht es um Diabetes-Messungen, Glucose-Messungen, die quasi auch mit einer App-Überwachung stattfinden. Das ist so ein bisschen das Gegenprodukt zu den Abnehmpillen in den USA momentan und wird nicht so gefragt. Genau, wird in der Tat nicht so gefragt. Ist doch in einem deutlichen Abwärtstrend hier über die letzten Monate schon, nachdem man hier diesen schönen Aufwärtstrend nach unten verlassen hat, hat die Dynamik hier zugenommen auf der Unterseite. Auch diese wichtige Unterstützungsmarke von ca. 80 Dollar konnte man in der letzten Woche nicht halten und hat dann wirklich am Freitag doch nochmal deutliche Abgaben zu verzeichnen gehabt. Jetzt droht durchaus hier die Gefahr, dass man noch weiter zurückfällt bis in den Bereich der Vorjahrestiefs, die hier bei ca. 67, 68 Dollar ausgebildet worden sind. Man ist natürlich jetzt auch extrem überverkauft, von daher ist immer Rückschlagspotenzial gegeben. Aber ja, zunächst müsste jetzt die 80 Dollar hier Marke zurückerobert werden, dann könnte man vielleicht hier Richtung gleitende Durchschnitte spekulieren. Aber die sind abwärtsgerichtet, das heißt, wir befinden uns hier mittelfristig in einem Abwärtstrend und es gibt aktuell jetzt noch keine Zeichen einer Bodenbildung. Das könnte man auch als Fazit bei JD.com jetzt momentan hier hereinreichen, denn die Aktie hat ein neues Mehrjahrestief gezeigt. Und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen mit der Angst einher, dass geopolitisch dann vielleicht auch China und Taiwan der Konflikt nochmal in eine weitere Eskalationsstufe geht. Genau, da gab es doch nochmal deutliche Abschläge auch vor dem Wochenende unter sehr, sehr hohem Volumen. Wir sind auch wieder im Bereich dieses sehr langfristigen unteren Trendkanals oder der unteren Trendkanalbegrenzung hier angekommen. Das könnte natürlich insbesondere, wenn man sich extrem hohe Volumen hier am Donnerstag oder am Freitag hier auch anschaut, ein potenzieller Wendepunkt sein. Aber ich wäre jetzt, es ist aktuell ganz klar, charttechnisch zu früh hier ins fallende Messer zu greifen. Aber die Aktie kann man durchaus in dieser Woche auch näher beobachten, ob sich hier vielleicht eine kurzfristige Bodenbildung auftut und eine Gegenbewegung vielleicht hier auch von 10 Prozent oder mehr möglich sein könnte in kürzester Zeit. Aber die Aktie zeigt auf jeden Fall ganz klar hier weiter Schwäche. Damit kommen auch neue Aktien in den Fokus, die in den Top-Listen stehen, die wir noch gar nicht besprochen hatten. Ich würde gerne die Faszener mal rausgreifen. Das ist tatsächlich eine Einzelhandelsgesellschaft aus den USA, 6 bis 8 Milliarden Dollar Umsatz in den letzten Jahren immer gezeigt, über 22.000 Mitarbeiter. Und die machen Verbindungsteile. Deswegen Faszener ist ja quasi Englisch für Verbindungsteile, die man anfassen kann. Also nichts Technisches, sondern wirklich Rohre, Leitungen, Halbleiter, alles Mögliche. Genau, die Aktie ist schon seit Beginn des Jahres eigentlich in einem schönen Aufwärtstrend gewesen. Man sieht hier schön die bullische Einordnung der kleinsten Durchschnitte. Dann kam man jetzt über den Sommer hinweg hier doch zurück, hat den 200-Tage-Durchschnitt zweimal getestet hier im September und auch nochmal Anfang Oktober. Doch gab es schon eine positive Aufwärtsbewegung mit einer Konsolidierung zu Beginn der letzten Woche. Und dann ist man letztendlich jetzt mit diesem Aufwärts-Gab hier nach oben ausgebrochen, hat neue Jahreshochs ausgebildet. Und das dürfte sicherlich jetzt auch eine wichtige Marke sein, die es zu verteidigen gilt. Also die vormaligen Hochs kann man sich hier sicherlich als ersten Unterstützungsbereich auf der Unterseite anzeichnen. Vielleicht konsolidiert man auch erst einmal seitwärts über die Zeit hinweg, bevor nochmal ein höheres Hoch hier ausgebildet wird. Da muss man etwas rauszoomen in dem Bereich Ende 2021, Anfang 2022, wo hier vielleicht die nächsten Ziele liegen. Wir haben jetzt dieses Hoch hier aus dem März des letzten Jahres quasi getestet als potenziellen Widerstandsbereich bei ca. 60 bis 61 Dollar. Und darüber kämen dann sicherlich hier diese Hochs aus Ende 2021 ins Spiel bei ca. 65 Dollar. Und tatsächlich so eine Erfolgsstory, die lese ich persönlich ja immer wieder gerne. Vier Freunde, Stadtkapital 30.000 Dollar und los ging's. Ja, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und von so einem kleinen Start-up zu so einem großen Weltkonzern könnte man fast sagen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch weiter Potenzial gegeben in dieser Branche und in diesem Bereich. Ja, ich habe tatsächlich das erste Mal von der Firma gehört oder gelesen, als ich mal eine Übertragung vom Nescar Racing aus den USA gesehen habe. Da ist das nämlich ein ganz großer Sponsor. Okay, da gucke ich in der Regel nicht. Aber sehr interessant, dass man da auch versucht, breitflächig im Marketingbereich zu agieren. Du fährst lieber schnell. Oder so. Aber du bist vielleicht damit auch deiner Zeit voraus. Du hast nämlich schon im Juli über die meistdiskutierten Werte bei WallStreetBets berichtet. Und jetzt ist es wieder in der besten Liste, die SiriusXM Holdings. Da kannst du sicherlich mehr dazu sagen als ich. Ja, das ist natürlich eine extrem volatile Aktie. Die haben wir uns das eine oder andere Mal hier ja schon angeschaut. Die hatte ja mehr oder weniger diesen Short Squeeze hier auch im Juli gehabt, wo wieder extrem stark Abverkauf kam, wieder in diesen Bereich zurück, den wir auch Anfang des Jahres hier gesehen haben. Hat sich aber jetzt seit den Tiefs, die wir im September gesehen haben, sehr, sehr schön entwickelt. Ist damit hier auch wieder zu den Tops aufgestiegen entsprechend. Und man ist jetzt durchaus hier auch an einem spannenden Bereich angekommen. Also die gleitenden Durchschnitte sind relativ flach aktuell, aber man quotiert oberhalb. Und ich denke, sollte es auch gelingen, diesen Bereich von circa 4,9 bis 5 Dollar hier nach oben zu verlassen, könnte hier durchaus nochmal diese Dynamik auf der Oberseite zunehmen. Also es ist, wie gesagt, ein sehr spekulativer Wert, ein sehr volatiler Wert. Ich finde den höchstens interessant, meistens für das kurze Intraday Trading vielleicht, um da einfach mal Intraday auf den einen oder anderen Prozentpunkt hier zu spekulieren. Über Nacht ist mir das auch eher zu heikel in solchen volatilen Aktien. Von daher, aber für diese Woche vielleicht über 5 Dollar oder 4,9, 4,95 Dollar, kann man vielleicht hier auf eine weitere Aufwärtsbewegung spekulieren. Aber sollte das Ganze natürlich hier auch relativ eng absichern. Ja, eng absichern gilt natürlich auch immer, wenn eine Aktie den Rückwärtskern einfügt und vollzieht. Das war bei der Wall Greens Boots Alliance, bei der großen Apothekenkette aus den USA, der Fall. Wir haben in der letzten Woche schon mal kurz darüber gesprochen, da fehlt einfach ein neuer Chef. Es gibt eine Übergangschefin, die quasi auch auf der Suche ist nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin. Und jetzt ist derjenige noch nicht gefunden oder diejenige Person. Aber es wurde schon verkündet, wenn es einen neuen CEO gibt, dann mit großen Sparmaßnahmen. Man möchte eine Milliarde pro Jahr einsparen. Ja, die Aktie ist ja jetzt schon seit Jahren im Abwärtstrend, könnte man sagen. Ist natürlich stark angesprungen jetzt in den letzten beiden Wochen. Aber es ist nun eine Gegenbewegung im Abwärtstrend. Wir haben den 50-Tage-Durchschnitt hier getestet. Und dort gab es am Freitag auch schon den ersten Druck, der reinkam. Man sieht es anhand dieser roten Kerze, nichtsdestotrotz war es eine sehr positive Woche. Aber ich wäre für diese Woche erst einmal vorsichtig. Die gleitenden Durchschnitte sind doch sehr abwärts gerichtet. Ich würde eher davon ausgehen, dass wir hier eine weitere Abwärtsbewegung sehen. Und da muss man schauen, ob die Tiefs, die wir hier vielleicht in der letzten Woche gesehen haben, ob diese halten, also dieser Bereich von ca. 21 bis 22 Dollar, ob sich doch nochmal ein höheres Tief auf Tagesbasis ausbilden kann, was für einen Aufwärtsimpuls sorgt. Aber die Aktie für mich aktuell im Abwärtstrend nicht wirklich hier eine attraktive Kaufgelegenheit. Und dann vielleicht doch Nike. Da hatten wir darüber gesprochen, vor zwei Wochen gab es die Zahlen, dass die durchaus überrascht haben. Also, dass man hier auch die Läger so ein bisschen freiräumen kann und dass man auch nach neuen Modellen sucht. Und jetzt im Oktober kommt ein neues Modell, ein neues Sneaker auf den Markt. Und im Januar dann auch der Weltmeisterschuh. Das muss ich mal kurz erörtern. Der Calvin Kiptum, der hatte ja einen Marathon-Weltrekord von zwei Stunden, muss ich ablesen, und 35 Sekunden aufgestellt in Chicago. Und den seine Schuhe, also nicht die Originalschuhe, aber Nachbau seiner Schuhe gibt es ab Januar dann im Handel. Und die sollen dann die Aktie auch schnell weiter nach oben bringen. Ja, die Aktie hat positiv reagiert, entsprechend nach den Zahlen wurde etwas abverkauft. Dann die Aufwärtsbewegung auch in der letzten Woche. Man ist zwar jetzt erst einmal in den Widerstandsbereich angekommen. Also diese psychologisch runde Marke von 100 Dollar, die konnte man auf Wochen Schlusskurs auch nicht entsprechend halten. Man war kurzzeitig drüber, hat dann aber letztendlich die Woche knapp darunter abgeschlossen. Der 50-Tage-Durchschnitt auch noch sehr abwärts gerichtet. Ja, jetzt muss die Aktie zeigen, ob sie diesen doch recht starken Widerstandsbereich überwinden kann. Ansonsten könnte auch nochmal eine Abwärtsbewegung folgen, vielleicht mit einem weiteren höheren Tief auf Tagesbasis. Ich denke, über 101,5 Dollar wäre dann zumindest erst einmal Luft bis zum 100-Tage-Durchschnitt. Und wenn dieser auch überwunden werden kann, ist natürlich weiter Potenzial gegeben. Aber wir arbeiten hier aktuell an der Umkehr, an der Bodenbildung. Hier ist nicht wirklich Eile geboten aus meiner Sicht, sondern es könnte erst nochmal ein Abstuf folgen oder eine Seitwärtskonsolidierung. Zumindest ist dieses Szenario für mich aktuell wahrscheinlicher, als dass man jetzt auf einmal hier explosionsartig auf der Oberseite eine Bewegung sieht. Ja, jetzt kommt ein Luxusproblem beim Thema Boeing daher. Boeing war ja ein Minus, wie du gezeigt hast in der letzten Woche. Die Auftragsbücher sind so voll und es sollen auch so viele Bestellungen von Fluggesellschaften reinkommen, dass Airbus und Boeing, die beiden Platzwürsche quasi bei der Herstellung von Transportflugzeugen und Passagierflugzeugen, hier vielleicht dem gar nicht Herr werden können. Also, dass die Produktion gar nicht hinterherkommt. Ja, die Aktie, nachdem sie doch zu Beginn des Jahres sehr, sehr lange hier innerhalb einer Seitwärtsrange konsolidiert hat, kam zunächst der Ausbruch auf der Oberseite, aber der sich dann letztendlich als Fehlausbruch dargestellt hat. Man hat die komplette Range wieder durchlaufen entsprechend, ist dann zuletzt auf der Unterseite ausgebrochen, hat diesen Bereich von ca. 197 bis 200 Dollar hier nochmal von unten getestet und dann die weiteren Abschläge vor dem Wochenende. Und ja, jetzt könnten hier auch in dieser Woche vielleicht weitere Jahrestiefs winken und dann müssen wir schauen, ob hier Bereiche aus dem letzten Jahr als potenzielle Unterstützung in Betracht gezogen werden können. Ich denke, diese Marke von ca. 170 bis 172 Dollar könnte dann durchaus relativ schnell relevant werden, sollten wir in dieser Woche weitere Abschläge sehen. Und in diesem Jahr gab es schon 724 Neuaufträge, also in diesem Jahr quasi für neue Flugzeuge. Und wenn noch 50 mehr bestellt werden, dann hat man quasi das Niveau vom Vorjahr auch überschritten. Und der Aktienkurs könnte ja dann, wenn man das als Referenz nimmt, auch wieder in dem Bereich stehen, wo er vor genau einem Jahr stand. Genau, da muss man schauen, ob sich hier Chancen vielleicht ergeben, diese Kurse auch zu nutzen, um auf eine weitere Gegenbewegung hier auch zu spekulieren. Auch als Vergleich, die Airbus übrigens, da gab es schon 1221 Neuaufträge und da liegt man schon über dem Niveau vom Vorjahr. Also vielleicht Boeing ein kleiner Nachzügler, wenn es der Branche insgesamt gut geht, wäre es für mich die bessere Wahl. Ja, das stimmt. Von daher sicherlich eine interessante Aktie, die man hier beobachten kann, sollte sie eine Umkehr zeigen und dann vielleicht spätestens, wenn sie in die Range zurückkommt, ist hier auch wieder Aufwärtspotenzial gegeben. Jetzt hat man noch die Seelsfrost dabei und die ist ein bisschen ruhiger geworden, da wir ja auch im letzten Jahr starke Aufschläge gesehen hatten. Und für mich bietet sich das als Konsolidierungszone an, die man langfristig auch mit einem Kauf bewerten könnte. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht ist noch die Gefahr gegeben, dass die Aktie hier den 200-Tage-Durchschnitt seit langer, langer Zeit nochmal testet. Und in diesem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass hier durchaus Kaufinteresse aufkommt, weil der ist doch noch recht stark aufwärts gerichtet. Von daher vielleicht nach einem kleinen Abverkauf die günstige Gelegenheit nutzen, sich in dieser Aktie zu positionieren. Ansonsten, wer es etwas konservativer angehen lassen möchte, wartet, bis die Aktie hier nochmal den 50- und den 100-Tage-Durchschnitt zurückerubert hat. Das heißt, über 214 Dollar, denke ich, wäre hier auch nochmal die Möglichkeit gegeben, Richtung Hochs, die wir im August gesehen haben, und dann auch Richtung Jahreshochs zu handeln mit einem recht engen Stopp. Aber aktuell befindet sich die Aktie weiterhin hier im Bereich dieser Konsolidierungsrange. Im Jahresstart wurde ja noch angekündigt, 10% der Belegschaft, also rund 8.000 Mitarbeiter zu entlassen. Und die neuesten News aus dem Unternehmen waren, dass man 3.000 neue Mitarbeiter jetzt einstellen möchte, weil eben das Thema künstliche Intelligenz auch Manneskraft, Frauenpower und so weiter braucht im Unternehmen selbst. Ja, da scheint man doch wieder mehr Arbeitskräfte zu benötigen als zuletzt gedacht und wird da, denke ich, auch über die kommenden Monate oder Quartale weiter auch investieren. Ja, jetzt geben wir gerne nochmal einen Ausblick auf diese Woche. Du sagtest ja schon, am Mittwoch kommen die Tesla und die Netflix. Wenn wir uns die Netflix anschauen, die ist für mich von den Quartalszahlen und der Reaktion in der Aktie weiter aus interessanter, denn in den letzten Jahren, schieb ruhig nochmal ein bisschen zusammen den Chart, da hatten wir nämlich öfters Quartalszahlen gesehen, wo es im Nachgang ein dickes Gap und Kursabschwünge oder eben auch Aufschläge von 10 bis 20 Prozent gab. Ja, insbesondere zu Beginn des letzten Jahres war die Aktie sehr, sehr volatil zu den Quartalszahlen, wo sie doch mehrmals extrem stark abverkauft worden ist nach den Zahlen. In den letzten Quartalen hat sie ja eher positiv reagiert, ist nicht mehr ganz so volatil, aber sie ist jetzt durchaus auch an einem interessanten Niveau hier angekommen. Ja, seit den Hochs- oder Höchstständen, die wir hier im Juli gesehen haben, ist doch so ein kleiner Abwärtstrend auch zu sehen gewesen. Der 200-Tage-Durchschnitt hat hier nicht gehalten, also dort gab es kleines Interesse, aber man ist jetzt letztendlich zurückgekommen in diesem Bereich von ca. 350 Dollar. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, also die Hochs, die wir hier auch im April gesehen haben. Und dann haben wir nach dem Ausbruch auf der Oberseite im Mai diesen Bereich auch hier von oben getestet. Von daher jetzt kommen wir nochmal dahin zurück. Ziemlich genau hier auch die untere Trendkanalbegrenzung. Von daher muss man schauen, ob die Aktie vielleicht nach den Zahlen reagiert. Auf der Oberseite ist dann sicherlich Luft vorhanden. Auf der Unterseite sollte die Aktie doch sehr negativ die Zahlen aufnehmen. Muss man dann schauen, wie weit es gehen könnte. Also da ist es dann auch nicht unmöglich, möchte ich sagen, dass dieser Bereich von ca. 300 Dollar nochmal getestet wird, sollte die Aktie wirklich oder sollten die Zahlen doch weit von den Konsensschätzungen liegen. Von daher sicherlich eine spannende Aktie für diese Woche. Und nach den Quartalszahlen wird sich vielleicht hier auch die Richtung entscheiden. Genauso wie vielleicht bei der Tesla. Die haben ja auch immer mal mit Rekorden aufgewartet in den Quartalszahlen, mit Umsatzrekorden wohl gemeint. Denn die Marge ist in den letzten Quartalen immer weiter abgesackt. Genau. Und die Aktie ist letztendlich hier auch von der Volatilität her stark zurückgekommen. Sie konsolidiert jetzt. Und jetzt könnte man fast ja auch so ein Ausbruchsszenario einzeichnen zu den Quartalszahlen. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass der Ausbruch entweder auf der Ober- oder auf der Unterseite dann auch erfolgen wird. Vermutlich auch mit einem entsprechenden Gap. Man hat sich doch hier extrem zusammengekeilt, könnte man sagen, in diesem Bereich von 250 Dollar. Ja, über 270 Dollar sicherlich das positive Szenario zu bevorzugen. Unter 245, 242 Dollar könnten hier doch nochmal stärkere Abgaben folgen. Aber insgesamt ist man weiterhin in dieser sehr, sehr großen Range zwischen 220 und 300 Dollar gefangen. Ja, also um nochmal ein paar Werte für die Woche reinzubringen. Andere hattest du schon genannt. Eine ASML würde ich gerne noch hinzufügen. Und damit sind wir in der Woche, denke ich, ganz gut aufgestellt und können nochmal in der Frontale winken für das Finishing. Denn so schnell geht auch eine halbe Stunde vorbei in der Berichterstattung. Aber keine Sorge als Zuschauer, Zuschauerinnen, gibt es dann auf dem Freestalks-Kanal in dieser Woche nochmal eine vertiefende Berichterstattung zu Einzelunternehmen, die Quartalszahlen melden. Genau, da würden wir sicherlich nochmal tiefer dann auch in die Zahlen, in das Zahlenwerk einsteigen und dann auch schauen, wie die eine oder andere Aktie nach den Zahlen reagiert hat und in welche Richtung es dann weitergehen könnte. So machen wir das. Ich freue mich drauf und sage schon mal Danke und bis später, Roland Jägel. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.